Ich heiße Sandrino. Ich bin seit ca. 12 Jahren bei der Firma Traktionssysteme Austria tätig. Mein Arbeitsbereich ist die Endmontage der Elektromotoren, welche weltweit im Einsatz sind. Besonders spannend ist, dass wir so viele unterschiedliche Produkte haben, die mein Team und ich tagtäglich zusammenschrauben. Die Montage bei der TSA ist im Zweischichtbetrieb tätig, von 6 bis 14 und von 14 bis 22 Uhr. Wir haben hier am Standort in Wiener Neudorf eine Betriebsküche, sodass man auch mit Essen versorgt ist. Und bei den Mahlzeiten sogar einen Essenszuschuss bekommt. Ich habe jeden Tag eine längere Anreise. Daher finde ich es sehr praktisch, dass ich mein Auto in der Firma auf einem kostenlosen Firmenparkplatz abstellen kann. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, dass falls jemand ein E-Auto besitzt, dieses gratis in der Firma aufladen zu können. Ich finde es toll, dass in den 12 Jahren, in denen ich bei der Firma Traktionssysteme Austria tätig bin, meine Kollegen zu meinen Freunden geworden sind. Wenn auch du in einem coolen Team arbeiten möchtest, dann bewirb dich als Monteur bei der Firma Traktionssysteme Austria. Das hat sich juggling an, wenn du mit命 hast, mehr als Monteur bei der Firma Traktionssysteme offices mit jemandem anweser. Das ist toll, wenn es nicht mehr als Monteur bei der Firma Traktions postponieren zu können. Ist nicht mehr als Monteur bei der Firma Traktionssysteme der Firma Traktionssysteme, sondern auch mit keinemann. Ich bin einigermaßen zu Hause.